Hallo meine Lieben von Schlager.de, hier ist euer Norm Langen und ich wollte mich eben kurz bei euch melden. Ich möchte einfach nur ein bisschen Wind aus dieser ganzen Story rausholen mit dem Knoten in meiner Brust. Ja, da ist ein Knoten, aber bei mir ist das Glas immer halb voll und ich bin fest der Meinung, dass wenn das rausgenommen wird in einigen Tagen, dass es nichts Schlimmes ist und ja, von daher macht euch keine Sorgen mehr und trotzdem danke für die Genesungswünsche. Es hat mich sehr aufgebaut und sehr gefreut und ja, nun verlasse ich euch mit lieben Grüßen. Euer Norm. Tschüss.